Die Bucerius Law School hat ein weltweites Netzwerk von 100 renommierten Partnerhochschulen auf allen Kontinenten und in 36 Ländern. Dabei ist von exotischen Stationen in Afrika und Asien bis hin zu Ivy Leagues wie der Columbia University in New York alles dabei. Die Studierenden haben hierbei die Möglichkeit, nicht nur in einem anderen Land zu studieren, sondern auch neue kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Ganz nach dem Leitgedanken der Bucerius Law School, die Studierenden während ihres Studiums auch mal über den juristischen Tellerrand hinausschauen zu lassen.